Ja, hallo. Wie angekündigt, wollen wir im nächsten Schritt, nachdem wir uns mit den Grundbegriffen von Git und was Git überhaupt ist, auseinandergesetzt haben, damit beschäftigen, wie es funktioniert. Und dazu erstellen wir jetzt mal ein lokales Repository. Und zwar machen wir das Ganze mit der Kommandozeile. Ich habe jetzt mal hier so eine Kommandozeile. Also hier Git, wenn man das eingibt, sieht man, okay, man kriegt hier eine ganze Reihe von Befehlen. Und das hier sind im Prinzip die Operationen oder Kommandos. Und das ist immer so aufgebaut. Ich sage einfach Git, dann das Kommando und dann die Argumente zum Kommando. Sie sehen, das wird hier ein bisschen kryptisch. Aber im Prinzip sind das die einzelnen Funktionen unseres Source-Code-Management-Systems. Und wir schauen uns das jetzt auf der Kommandozeile an, weil jegliche Integration, jegliche GUI, ja auch genau diese Begriffe benutzt. Und ich denke, es ist ganz gut, wenn wir zu Beginn einmal durch die Kommandozeilen Benutzung durchgehen, um zu schauen, wie das funktioniert. So, wie sich das gehört, habe ich was vorbereitet. Sie sehen hier die Kommandozeile. Also hier werden wir jetzt gleich die Git-Befehle eingeben in dem Ordner WorkGitTest. Also ich habe es schon mal ausprobiert. Dann sehen wir hier immer den Inhalt des Ordners, wie er sich verändert und was da passiert. Dann haben wir einen Texteditor, falls wir mal in so eine Datei reingucken wollen. Und hier auf der rechten Seite habe ich nochmal schematisch dargestellt, was tatsächlich passiert. Wir sehen, im Moment gibt es hier ein File-System und der Rest wird dann entsprechend dazukommen. Also das Ganze geht los. Nehmen wir Git-Init eingeben und da sehen wir alles klar. Wir geben das ein und hier ist noch nichts passiert. Also hier ist noch überhaupt nichts passiert auf dem File-System. Wenn ich jetzt Enter drücke, dann sehen wir, okay, also es wird hier angelegt die Stage. Also das ist ja hier unser Filter, der in der Git eine ein bisschen besondere Funktion hat und unser lokales Repository. Und wir sehen jetzt hier erscheint ein verstecktes Verzeichnis, das heißt Punkt Git. Und da drin ist im Prinzip unser komplettes lokales Repository. Also wenn Sie das irgendwie einem Backup unterwerfen wollen, das muss mitgebackupt werden. Also da ist jetzt im Prinzip Ihr komplettes Source-Code-Management drin. Der Rest ist natürlich noch leer. So, dann legen wir mal ein paar Dateien an. Also Sie sehen hier, es gibt ja erstmal einen Einkaufszettel und dann kaufe ich einfach mal Milch und Kaffee. Und wir sehen jetzt hier, dass hier eine Datei entstanden ist. Da ist jetzt die Milch und der Kaffee drin. Und jetzt gibt es hier die Stage. Die Stage ist im Prinzip so eine Art Filter. Also alles, was hier drauf dargestellt wird. Also alles, was ich irgendwann mal auf die Stage packe. Man nennt das in Git Stagen. Das kommt nachher auch in unser Repository. Das probieren wir jetzt mal aus. Also Git add einkaufszettel.txt. Und wenn wir das machen, dann sehen wir, passiert erstmal gar nichts. Also hier ist nichts passiert, da ist nichts passiert. Das Einzige, was passiert ist, ist, dass jetzt dieser Einkaufszettel in der Form, wie er gerade auf der Platte ist, auf der Stage landet. Und dann schauen wir mal weiter. Jetzt ändern wir mal den Einkaufszettel und kaufen noch was zusätzliches ein, nämlich Eiscreme. So, ich habe das jetzt abgespeichert. Jetzt sehen wir hier, also es gibt jetzt hier Milch, Kaffee und Eiscreme. Auf dem File-System ist auch natürlich noch diese Version. Aber auf der Stage ist noch die alte Version. Sie sehen, hier kann man das nicht dran erkennen. Hier liegt einfach nur der Einkaufszettel rum. So, und jetzt schauen wir mal, was ist passiert. Sehen wir jetzt, okay, wenn ich hier Git-Diff eingebe, sehen wir, aha, es gibt hier also zwei Versionen davon. Die eine ist auf der Stage, die andere nicht. Die eine besteht aus Milch, Kaffee und die andere hat noch ein zusätzliches Eiscreme. Also das ist jetzt im Prinzip der Unterschied. Und diese Unterschiedsdarstellung, die werden wir noch ein paar Mal sehen, weil wir die natürlich dann nachher auch brauchen, wenn wir uns zum Beispiel mal den Unterschied zwischen zwei Versionen angucken wollen bei einem Merch. So, jetzt wird aber mal endlich was gemacht. Also jetzt können wir mal schauen. Okay, also wir haben hier, sehen wir, no commits yet. Das Repository ist leer. Wir haben eine neue Datei. Das heißt also, auf der Stage ist eine neue Datei. Wer hätte es gedacht? Und sie ist auch schon modifiziert. Das heißt also, es gibt hier noch eine ganz neue Datei. Sagen wir es mal so. So, und jetzt wollen wir das Ganze mal tatsächlich hier ins Repository reintun. Wir sehen hier, es gibt den Befehl commit. Der wird das jetzt gleich ins Repository packen. Und der braucht immer eine Message. Also das ist im Prinzip das, was Sie nachher in der Visionshistorie sehen. Ah, das ist passiert, das ist passiert, das ist passiert. Schreiben Sie hier immer was Sinnvolles hin. Ja, weil das ist später das, woran Sie sich orientieren wollen. Jetzt machen wir mal Enter und dann sehen wir, okay, also ist es ein, eine Datei ist geändert worden. Zwei Insertions, also zwei Sachen sind eingefügt worden. Er zählt hier immer die Zeilen. Was er nämlich jetzt gemacht hat, ist, also er hat jetzt nicht das hier committed, sondern das, was auf der Stage war. Ja, und wir sehen, jetzt ist hier im lokalen Repository diese Version. Und Sie sehen, auch hier ist jetzt so ein Webber dran. Also das ist jetzt der Head. Der Head ist so eine Art Pointer, der zeigt immer auf die aktuell bearbeitete Version. Aber es können ja jetzt noch spätere Versionen geben. Der Head ist ein Pointer, der immer auf das zeigt, was gerade aktuell ist. Ja, und wir haben ja das hier gerade von der Stage reingetan. Also das hier ist gerade das, womit wir arbeiten. So, dann machen wir den Einkaufszettel nochmal was drauf. Also hier irgendwelche Zucker noch dazu. Und dann sehen wir, okay, hier erscheint der Zucker. Es ist hier immer noch nichts passiert. Und jetzt wäre es natürlich spannend, wenn man es irgendwie hinkriegen könnte, dass der hier da in dieses Repository in der neuen Version reinkommt. Jo, schauen wir nochmal, was sich geändert hat. Also wir sehen, wenn ich jetzt gibt div eingebe. Alles klar, es gibt immer noch den Einkaufszettel. Und da haben sich jetzt zwei Dinge geändert. So, dann machen wir mal ein Commit. Und wir werden jetzt feststellen, wenn ich den jetzt committe in der Logik, dann passiert gar nichts. Weil er immer das committet, was auf der Stage ist. Und auf der Stage ist ja noch die alte Version. Und hier steht es hier auch, no changes added to commit. Also es wurde nichts zur Stage hinzugefügt mit dem Kommando add, sodass hier kein Unterschied ist. Und wenn da kein Unterschied ist, dann wird natürlich auch nichts eingecheckt. Dazu hilft uns die Kommando-Zeilen-Funktion minus a. Also ich gebe jetzt mal hier ein, git commit minus a. Und dann stellen wir fest, wenn wir das jetzt abschicken, dann wird quasi durch committet. Also ich werde hier alles, was schon mal auf der Stage war, also alle Dateien, die sie schon mal gestaged hatten, werden aktualisiert auf der Stage. Und dann auch gleich ins Repository eingespeichert. Das macht hier diese Zusatzfunktion a. So, und jetzt haben wir quasi unseren Einkaufszettel mit diesen vier Sachen schon drin. Jetzt legen wir noch ein paar zusätzliche Dateien an, weil ich habe ja eben schon gesagt, dieser Stage, das ist ja im Prinzip so eine Art Filter, der jetzt dafür sorgt, dass wir nur das der Versionskontrolle unterwerfen, was auch spannend ist. Also ich habe jetzt nur spaßeshalber noch zwei Dateien angelegt. Also einmal die Anschaffung, Sie sehen es hier, gibt jetzt ein Fernseher und ein Smartphone. Das ist irgendwie der längerfristige Einkaufszettel. Und dann gibt es hier noch zwei zusätzliche Dateien, also die Einkaufszettel BIN und die Anschaffung BIN, die sehen wir hier, also die liegen hier rum. Das sollen jetzt einfach mal so Binärdateien sein, die zum Beispiel der Compiler zwischendurch erstellt. So, und der Plan ist natürlich, dass die jetzt nicht mit eingecheckt werden sollen. Also wir wollen ja jetzt nicht irgendwelche Echsen, die wir mal zum Debuggen erstellt haben oder so, wollen wir nicht mit in die Versionskontrolle packen. Und rein sollen ja jetzt noch die beiden. Also was ja jetzt irgendwie schön wäre, wenn man jetzt irgendwie sowas machen könnte wie git add alles. Also pack mal alles da rein und pack mal alles auf die Stage. Könnte man machen, aber dann wären ja diese beiden BINs mit drauf und genau das wollen wir nicht. Also machen wir was anderes. Wir erlegen uns ein git ignore an. Also die Datei heißt per Konvention .git ignore. Ich habe die jetzt mal hier im Editor aufgemacht und da schreibe ich jetzt rein, was ich ignorieren möchte. Und das ist ja bei uns Sternpunkt BIN. Das heißt also in dem Moment, wo diese Datei git ignore, dieses Suchpattern Sternpunkt BIN enthält, werden die beiden Dateien automatisch ausgeschlossen. Schauen wir mal hier rein. Alles klar. Also das hier sind unsere beiden BINs. Die sollen nicht mit rein. Alles klar, die sind jetzt ausgeschlossen. Und das sind die beiden, die dann, wenn ich jetzt irgendwie add alles machen würde, reinkommen sollen. So, add alles geht auch und zwar kann man nämlich das komplette Verzeichnis mit diesem Punkt adressieren und hinzu addieren. Und wenn ich das jetzt tue, dann sehen Sie, folgendes passiert. Also wir haben jetzt alles, was nicht ignoriert werden soll, entsprechend auf die Stage gepackt. Wir sehen immer, in den Anschaffungen ist immer noch der Smartphone drin und der Fernseher und der Einkaufszettel ist immer noch die Milch, der Kaffee, die Eiscreme und der Zucker. Die Dateien liegen auch hier rum. Die beiden liegen auch noch hier rum, aber sie sind eben nicht hinzugefügt. Sie sehen es. Also der Status ist, es gibt einen neuen File git ignore und es gibt einen neuen File Anschaffung. Die liegen ja im Moment, liegen die auf der Stage, aber eben noch nicht im lokalen Repository. Das wollen wir jetzt ändern. Ähm, indem wir jetzt also ein neues Commit machen mit, äh, Anschaffung was created und so. Und da sehen wir, alles klar. Jetzt haben wir hier zwei Dateien, ja, nämlich die, den Einkaufszettel und die Anschaffung. Die sind jetzt auch in dieser Version der Head, ja, und hier sehen wir, sind die beiden anderen sind noch hinterlegt. Die sind also noch im Repository auch drin. Ansonsten ist hier nichts passiert, ja, also es sieht alles noch genauso aus wie vorher. Dateien haben sich nicht verändert und es hat sich auch sonst nichts getan. So, jetzt machen wir nochmal zusätzliche Änderungen auf dem Einkaufszettel. Wir packen jetzt noch Marmelade auf den Einkaufszettel. So, da ist unsere Marmelade und jetzt werfen wir die mal auch wieder mit dem Minus A, ne, direkt in unser Repository. Und Sie sehen, das wird jetzt hier durch diese, ähm, durch diesen Schalter A, wird es direkt durch, ähm, committed. Also, die Marmelade landet auf der Stage, weil der Einkaufszettel schon mal auf der Stage war und landet dann auch im lokalen Repository. Wie Sie sehen, ändert sich hier wieder nichts, ne, die bleiben alle, wie sie, wie sie waren. Da haben wir nichts dran geändert. Und jetzt wollen wir einfach nur hier die Marmelade in den Einkaufszettel packen. Bevor wir uns jetzt weitere Funktionen anschauen, gibt es im nächsten Video nochmal eine kurze Wiederholung von dem, was wir jetzt gerade hier gemacht haben. Und dann gibt es die weiteren Funktionen in den Videos, die darauf folgen.